Moin Moin und Willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf meiner RAM. Unerwartet mal wieder, ja unvorbereitet, ist total krass. Ich habe eine Kiste letztens übersehen und mir Philipp daran erinnert. Ich weiß sehr gut wie ich drin und da sind richtig viele Tränke drin. Direktheilung, Schwäche und so weiter. Das muss ich jetzt nicht alles rüber nehmen unbedingt. Danke Danke Philipp. Was mich interessiert, ist wenn ich die Pfeile tausche, ob ich dann unendlich von diesem Pfeile des Giftes, da werden wir einfach mal zweites Inventar. Ich müsste eigentlich jeden Tag eine Staffführung machen, hier Pfeifen. Ob die Giftpfeile sich jetzt auch so verhalten, dass sie unendlich sind, das ist natürlich richtig geil. So jetzt wollte ich hier einmal. Oh ich bin so ein Depp. Ich glaube Glücks Ding bringt da ja nichts. Jetzt haben wir da ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Moment. So. Ein paar Diamanten dazu bekommen. Zusammen gerechnet haben wir jetzt 46. Ich finde, da können wir uns noch mal eine Brustplatte gönnen. Endlich mal. Eine. Den Rest packen wir jetzt erstmal wieder weg. Und ich hatte noch, ich hatte noch, wo habe ich es denn? Ich glaube der liebe Philipp hatte mir da noch irgendwann mal Dornen, ein Buch mit Dornen Dings zu geben. Schutz sicher Köder, Atmungsstärke. Ne, das ist alles noch von mir, was ich gefunden habe. Moment, das muss ich jetzt mal kurz so machen. Ne, damit es der Gliederfüße drin ist. Nein. Okay, das ist auch noch von mir. Das muss irgendwo anders drin sein. D, D, D. Was haben wir denn hier noch gehabt? Ah ne, das war doch von Dave. Dorn 3. Und Schutz 5. Kann man die nicht verbinden? Ich weiß, das kommt wieder der Minecraft genug in mir hervor, aber egal. D, 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 D. Wäre natürlich genial. Huch! Nein, nein, nein. Oh, komm. Zack. Kommt dabei raus. Oh, steht da nicht. Ich habe Angst. Moment. Nee, okay. Lassen wir das lieber machen. Ich habe, keine Ahnung, ich habe Tiereschiss. Ich bin echt manchmal ein Vollidiot. Aber das wisst ihr ja. Schutz, nee. Wir packen da Dorn drauf. Oh, okay. Kostet zu viel. Schutz würde gehen. Hat sich erledigt. Dann... Wuppala. Ey, was ist denn heute los? Dann warten wir erstmal, dass wir da genug IP haben, um es zu machen. Ich bin auch derzeit, ähm, naja, schwer zu sagen, in einem anderen Aufnahmeraum, wenn man das so Aufnahmeraum bezeichnen konnte, wo ich eigentlich mal aufgenommen habe. Weil es sich jetzt irgendwie doch so langsam herausgestellt hat, dass ich anscheinend selber eine tierische Allergie gegen irgendwas habe, was bei den Meerschweinchen ist. Viele haben das ja beim Livestream mitbekommen, dass mir nach und nach immer wieder die Nase liebt, plötzlich so nach zwei Stunden eigentlich erst. Da war meine Nase, die war komplett verrotzt und so und alles ist aber bis erkältet oder sowieso. Nein, das ist glaube ich eine Allergie. Ja, ist richtig richtig kacke. Ähm, ich werde nämlich demnächst dann auch mal, ich habe einen Arzttermin schon, um das mal abklären zu lassen, ähm, wie stark das jetzt doch ausgeprägt ist. Ähm, ja, ich muss mal schauen, wie ich das alles hinkriege. Deswegen hat es ja auch in der gestrigen Folge, wo ich... Eichenholzraum, genau das brauche ich. Wo ich, äh, Akazien... Gott, dieses Multitasking, ne? Das ist nix für mich. Eichenholz. Wo ich Bedwurst aufgenommen hatte. Jetzt habe ich schon wieder so ein Steinding. Ähm, habt ihr mal meinen Controller extrem doll gehört. Das war einfach, weil... Wo hab ich denn jetzt... Katz hier... Weil, ja, ich meinen Controller hier viel höher halten muss, wo ich gerade bin und dadurch, ähm, habt ihr das einfach extrem gehört. Und das tut mir leid, das muss ich jetzt schauen, dass ich den Controller immer schön drunter halte. Deswegen ist es mit der Steuerung gerade auch relativ... Ähm, ja. Ne? Ihr merkt schon. Ich bin ein bisschen verwirrt, bin ein bisschen durcheinander. Ist auch eine Sache, die mich eigentlich derzeit richtig ankotzt, richtig annervt. Ihr wisst ja, wie gern ich mein Schweinchen habe und wenn sich dann herausstellt, dass ich da eine Allergie gegen habe. Das ist richtig kacke. Wir werden natürlich nicht, ähm, entfernt, wie man das nennen soll. Wir werden sie nicht jetzt wegtun deswegen. Keinesfalls. Ich muss mal gucken, dass ich mich da eventuell darauf sensibilisieren lasse. Ich will kurz die Pfeile testen. Die verschwinden. So ein Scheiß. Nein. Hm, ist ein bisschen ärgerlich. Moment, da müssen wir kurz noch die Pfeile austauschen. Ja, ja, ja. So, fangen wir den zurück. Und einen da raus. Warum haben wir da jetzt einen Zaun rausgenommen? Gott, ey. Gott würde mir auch nicht mehr helfen, was ich hier tue. So, und jetzt will ich einfach mal ein bisschen Zäune machen. Ich habe in letzter Zeit immer dieses Gefühl gehabt, oh, diese scheiß Bäume. Jedesmal einen neuen Baum und so. Wird doch langsam langweilig für andere. Dann ist mir eingefallen, ja gut, das ist ein Projekt. Wo ich dran baue, damit das gut aussieht. Und wenn es andere stört, dann sollen sie es nicht angucken. Wenn ich mir so denken könnte. So, den machen wir. Ist der dann zu tief? Er bringt nicht viel, ne? Ich lasse ihn trotzdem. Oh, hab ich denn schon... Ach. Jetzt habe ich den Gift halt dennoch. Meine Achse ist ja auch fast kaputt. Das ist natürlich auch super, das habe ich ganz vergessen. So, zack. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen höher. So, damit wir hier... Na, genau. Zumindest hier rankommen. Ich glaube, ich lasse es... Den Zaun, die ganzen Wendetreppe hochzumachen. Das wäre, glaube ich, echt ein bisschen scheiße. Da habe ich mich gar kein Bock drauf. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nötig. So eine Wendetreppe kann auch frei sein. Hoffen wir mal schauen. Mir wurde noch ein Tipp gegeben. Ich könnte sie doch irgendwie mit Holz stemmen und so stabilisierend darstellen lassen, aber... Ich weiß nicht. Das ist mir irgendwie zu... Hm. Irgendwas stört mich daran. Okay, das hier stört mich jetzt sowieso, aber... Irgendwas... Obwohl... Moment, testen wir einfach mal. Du kommst jetzt mal weg. Du gehst mir auf den Keks. Du hast hier nichts zu suchen. So. Jetzt gehen wir mal kurz hier runter. So... Ich hätte auch runterspringen können. Ich weiß nicht. Okay, das ist zu tief. Funktioniert nicht, weil wegen... Ihr wisst schon. Nö. Nee, wird keinen Sinn machen. Außer ich werde... Machen wir das mal hier. Ich probiere es einfach mal. Oh, ey, was ist denn das? Oh, oh. Lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe. Ach, der wird mir doch folgen. Ich sehe das jetzt schon. Okay, das ist zu blöd, um eine Treppe zu finden. Auch gut. Ähm... Mist, ich hätte das... Ah, Ruckel! Warum? Mist. Sehr doof. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen umorganisieren. Was ist meine Schaufel? Ich habe meine Schaufel verloren! Nein! Ähm... Welche ist die richtige Höhe? Ich würde sagen, da... Nein! War nicht richtig! Scheiße! Äh... D, D, D... So! Zack! Zack! Ne, das ist auch nicht richtig, weil da ist der Abstand. Ach, fucken! Fucken! So, dann machen wir das mal hier hin. Na! Controller! Danke! Oh nein! Was? Zum Geier machst du da unten schon wieder? Oh, du kannst auch mal weg! Das ist doch herrlicher Tag! Warum lebst du noch? So, jetzt muss ich das hier... Oh Gott! Naja, ich werde es einfach mal sporadisch hier und dann machen. So, nur schauen... Okay, hier sind die... Naja, das wird gut durch die Blätter verdeckt. Naja, okay, da nicht. Moment, zack! Oh, warum werde ich denn hier wieder verfolgt? Nein, das ist glaube ich Philipp, der darf das. So! Tatsache, das ist Philipp! Jungs, 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 was macht ihr mal bei mir? Hm, okay, Moment! Tadada! Okay, da wird es nicht passen. Machen wir das hier hin. Was möchte denn der Herr? Hä? Oh Gottchen! Ein paar Blätterchen! Hä? Wolltest du mir die jetzt geben oder was hast du... Ah! Lol! Ich stelle mich in dich! Na komm! Na put, 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 put! Danke! Oh Gott, noch mehr? Oh mein Gott, du spinnst doch! So viel brauche ich gar nicht! Ne, 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 ne! Ist gut! Ist gut! Ist gut! Sag mal! Hallo? Okay, jetzt haben wir wieder 10.000 Blätter. Ist natürlich auch wieder sehr nice. Scheiße, das muss ich dir wirklich auch noch gebrauchen. Das ist jetzt aber nicht so geplant gewesen, Philipp. Ich muss mal überlegen, wie ich die einsetze. Was ist denn hier schon wieder? Hä? Ein Buch? Federfall 5 und Effizienz... Federfall und Effizienz auf einmal macht das Sinn. Lieber Philipp, wo macht das Sinn? Für mich war das gerade gar keinen Sinn. Aber trotzdem Dankeschön! Muss ich ja trotzdem dafür bedanken, wenn man Geschenke kriegt. Alle hopp, alle hopp! Ey! Ach komm! Hoch, hoch, hoch! Na, da passt das wieder nicht. Da müssen wir wieder den Umweg gehen. Ich mache das jetzt einfach mal durch. Abstrakte Kunst. Kann ich zumindest sagen. Ich bin einigermaßen auf Virtual eingegangen. Nein, nicht mit dem... Oh, das brauche ich mit dem Holzhof. Oh, Mann! So. Zack. Zack. Autsch. Und da. So. Oh, das muss ich auch noch machen. Ja, ich habe es nicht überall gemacht. Ich denke an meine Kisten und deine... Ja. Habe ich schon gezeigt. Arsch. Ich weiß, Mascha bin ich blind. Und doof. Und sowieso. Okay, da komme ich überhaupt nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Du bist echt doof im Weg. Hier können wir es mal wieder aufbauen. Oder auch nicht. Dann nehmen wir hier. Nein, das war falsch. Das war definitiv falsch. Was tun hier? Also ganz richtig. Dann kommt der an. Nein, das ist auch nicht der richtige Scheiße. Da. Endlich. Okay, der andere kann da liegen bleiben. Der kann auch gerne despawn. Na komm. So, das kommt schon wieder hier hoch. Ich weiß, das ist wieder sehr spannend. Das haben Bauchwerke ja an sich. Ihr hofft doch einfach nur, dass ich runterfalle. Das weiß ich ganz genau. Und so leid ist es im Tod. Ich muss die eine andere Baumart auch nochmal machen. Die Schwarzbaum-Eichenholz da. Keine Ahnung was Ding. Schwarz-Eichenholz-Baum-Kacke. Der fehlt leider noch in meinem Repertoire. Aber dann wären wir auch endlich mal fertig. Ne. Ein Ende ist in sich meine Leute. Äh, meine Leute. Genau. Meine Leute. Die. 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 Komm, den müssen wir noch machen. Komm, Wolke, geh weg. Mensch, da klaut wieder seine Finger im Spiel. Der übrigens letztens hier einen schönen Rundumgang gemacht hat. Schaut mal bei ihm vorbei. Seht ihr wieder ein paar aktuelle Sachen. Okay, die Wolke oben gehen wir schon ein bisschen auf Kratz. So, jetzt habe ich 2900 Blätter hier. Die ich eigentlich noch benutzen müsste. Hmm. Jetzt bin ich ja mal wieder am spekulieren. Genau, deswegen von unten erweitern. Oh Gott, das ist natürlich sehr... Ob das Sinn macht. Mist. Eventuell ist das Komplettverschwendung jetzt. Aber wir werden es einfach mal versuchen. Wir werden die Linie jetzt einfach noch mal ein bisschen breiter machen. Wir werden es aber dadurch von unten auffüllen müssen. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt an manchen Ecken nicht ankommen. Genau. Okay. Hoppala hopp. Oh. Ja, ist ja gut. Das reicht, wenn wir eine Linie hoch machen. Zack, zack. Okay, das ist mit dem Controller echt ein bisschen nervig. Nein, da fehlt was. Jetzt ist mir die Frage, wie ich da oben an die Ecke rankomme. Ich hoffe, das funktioniert. Nein. Weg. Weg. Tak, tak. So. Nee, runter. So. So. Jetzt müssen wir... Oh Mann. Jetzt muss ich auch noch mal wieder hoch. Versuchen wir es relativ müdeig zu machen. Vielleicht alles erwischen. Oh. Ich bin aber nicht hoch genug. Fuck. Das war doof. Ich dachte, ich würde nicht sneaken. Das war jetzt echt sehr doof. Ich bin jetzt hoch genug. Okay, jetzt gehen mir gerade die Wolken in den Sack. Ah, okay. Macht keinen Sinn. Nein. Nicht da. Er ist da. Nächsten Blätter. Okay, das wird sich jetzt echt gut lohnt, hier hochzubauen. Aber im Endeffekt wird der Baum dann ein bisschen voluminöser aussehen. Ist auch nicht so verkehrt. Jetzt ist mir der Stamm im Weg. Ich hätte echt eine Schaufel machen sollen. Nicole. Fast wieder komplizierter als es sein muss. Komm ich da ran? Ja, komm ich. Hm. Ich merke gerade, ich kann natürlich von der oberen Treppe ran kommen. Aber nö. Brauche ich jetzt mal wieder. Wir gehören überhaupt nicht dabei. Produziert nur Brei. Lelele. Irgendwo falle ich doch runter. Ach ne, hier war das. So, weg mit dem Dreck. Jetzt können wir wieder hoch gehen. Und hier. Uh, jetzt muss ich aber aufpassen. Wir werden hier natürlich noch durchgehen können. Dass es nicht so tief wird. Uh. Ja, okay. Hier stößt man sich schon fast im Kopf. Gut. Hier müssen wir das dann so lassen, wie es ist. Gucken wir mal hier rauf. Alter, ruckel doch noch mehr. Jetzt bitte, bitte. Jawoll. Jetzt können wir die ganze Linie hier nochmal ein bisschen verbreitern. Großer Aufwand für einen minimalen Effekt, den man von unten sowieso nicht sieht. Aber er sieht. Ich weiß, dass es so ist. Und es freut mich. Warum ist das schon wieder in meinem Haus? Du kleiner Puppster. Ups. Komm schon. Alter, wie viele Blätter hast du da schon wieder gesammelt, ne Junge. Das tut dir nicht gut. Du kannst auch nicht mal den Bimbo spielen. So, jetzt habe ich die Linie schon wieder einmal umgemacht. Und das freut mich. Das erfreut mein Herz. So, jetzt können wir hier runter. Dann können wir nochmal ein bisschen Wildwuchs dran machen. Einfach mal so, mal gucken, was passiert. Wie es aussehen könnte. Na gut, das lassen wir dann. Na, hier macht es auch nochmal ran. Sieht aus, als hätte der Baum Pickel. Ein Pickel-Dschungelbaum. Ab. Ui, jo, 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 jo. Dann bin ich schnell wieder darauf. Los, los, los. Dann bin ich wieder runterfallen und wieder sterben wie letztes Mal. Oh Gott, so viele Blätter brauche ich gar nicht. Kriege ich gar nicht aufgebraucht. Na, das soll doch. Ich glaube vielleicht hätte ich diese Lücken mit Blättern ausstopfen sollen. Das wäre natürlich auch was gewesen, ne? Dann ist diese Runterfallgefahr in der Mitte nicht so unbedingt gegeben. Oh, das kann ich ja noch mal machen. So. Wollen wir noch mal kurz hier runter gehen? Was war der denn da? Baum mal Baum. Okay. Schnell hoch. Na, das ist jetzt doch was. Wie wir sagen, was ist vor heute? Mit der Decke muss ich noch was machen. Lass gerne einen Daumen da, würde mich freuen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.